Nun möchte ich noch die Textpassage zur Predigt unseres Pastors Mark Mick vorlesen. Die Predigt folgt direkt im Anschluss an unsere gemeinsame Lobpreiszeit. Wir finden die Stelle in Matthäus 28, 16 bis 20. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wo Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat er zu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nicht alles im Leben gelingt. Und wenn in meinem Leben etwas schief geht, dann bin ich schnell dabei zu analysieren und nach der Ursache für das Problem zu suchen. Eine meiner ersten Fragen, die mir dann in den Sinn kommt, ist die Frage, warum? Warum ist das passiert? Warum ist das so weit gekommen? Warum immer ich? In einem Ratgeber las ich mal, dass die Frage nach dem Warum uns in vielen Situationen nicht wirklich weiterhilft. Und es gibt eine Empfehlung. Dort hieß es, wichtiger und besser wäre es, die Frage nach dem Wozu zu stellen. Wie ist diese Aussage gemeint? Die Suche nach einer Antwort auf das Warum ist immer eine rückwärtsgewandte Tätigkeit. Selbstverständlich ist es nicht falsch, aus bereits gemachten Erfahrungen zu lernen. Doch zur Beantwortung der Frage wird dennoch im bereits Vergangenen gesucht. Und wenn die Suche wenig erfolgreich ist, dann ist selbst Mitleid nicht weit entfernt. Die Frage nach dem Wozu hingegen verlangt nach einer Antwort, welche nach vorne weist. Diese Frage eröffnet den Blick auf Dinge, die noch nicht stattgefunden haben und möglicherweise noch stattfinden sollen. Die Beantwortung dieser Frage des Wozus ist meist mit einer wichtigen Erkenntnis, mit einer Aufgabe, vielleicht auch mit einem Auftrag verbunden. Das Thema, über welches ich heute in dieser Predigt mit Ihnen nachdenken möchte, trägt den Titel Der Auftrag der Kirche Jesu. Und unser Ausgangspunkt ist eben diese Frage, wozu? Wozu gibt es die Kirche Jesu in dieser Welt? Antwort auf die Frage finden wir in dem Text aus dem Matthäus-Evangelium, welcher uns vorhin gelesen wurde. Diese wichtigen, wichtigen Worte Jesu, die er vor seinem Abschied an seiner Himmelfahrt spricht. Eben mit diesen Worten beendet auch der Evangelist Matthäus sein Evangelium. Letzte Worte vor einem Abschied haben ein höheres Gewicht als andere, oder? Von daher haben die Worte, die wir gehört haben, eine hohe Bedeutung für uns. Diesem kurzen Abschnitt wird sehr zutreffend in vielen Bibeln und Bibelnübersetzungen die Bezeichnung gegeben, der große Missionsbefehl. Er ist groß, weil er den Nachfolgern Jesu für alle Völker gegeben wurde. Dieser Auftrag, er umspannt die gesamte Erde, den gesamten Globus. Kein Winkel dieser Erde ist davon ausgenommen. Und in diesen Worten, in diesem großen Missionsbefehl, dort bringt Jesus seine Erwartungen an diejenigen, die an ihn glauben, auf den Punkt. Und bemerkenswert ist, dass er nicht einen Einzelnen, sondern die Gesamtheit seiner Nachfolger anspricht. Gottes Motto mit Blick auf seine Gemeinde, auf seine Kirche lautet immer, gemeinsam ist besser als einsam. Wenden wir uns dem Text zu. Zunächst sagt Jesus Folgendes. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Dieses Wort Macht, welches Jesus verwendet, könnten wir auch mit Gewalt oder mit Vollmacht übersetzen. Der folgende Auftrag, den Jesus dann seinen Nachfolgern gibt, wird gegeben im Licht der Autorität Jesu und seine Macht ist uneingeschränkt. Das weist darauf hin, dass es sich nicht bloß um eine Option handelt, nicht bloß eine Möglichkeit, von der Jesus sich wünschen würde, dass dieser Auftrag aufgegriffen und umgesetzt wird. Nein, es hat vielmehr den Charakter eines Befehls an die Hörer dieses großen Missionsbefehls. Hier klingt die gleiche Vorgehensweise an, wie wenn ein Offizier einen einfachen Soldaten an seinen Dienstgrad erinnert, um ihm dann einen Befehl zu geben. Ich hier, ich habe viel Macht. Du hier, du hast nicht so viel Macht. Und deswegen darf ich dir Befehle erteilen. Weil Jesus diese allumfassende Macht hat, kann er senden, wen immer er will, um zu tun, was auch immer ihm gefällt. C.H. Spurgeon, ein bekannter englischer Baptistenpastor, schrieb zu diesem Vers sehr, sehr zutreffend und mir gefallen diese Worte. Er schreibt, in den Händen einiger Menschen ist Macht gefährlich. Können wir dem zustimmen? Doch in den Händen Christi ist Macht gesegnet. Oh, möge er alle Macht haben und lass ihn damit tun, was er will, denn er kann nichts anderes wollen als das, was richtig, was gerecht, wahrhaftig und gut ist. Spannend ist auch, dass dieses kleine Wörtchen alle diesen gesamten Abschnitt durchzieht und diese Verse, die wir dort finden, miteinander verbindet. Dort ist die Rede von alle Macht, alle Völker, alles halten und alle Tage. Einige davon werden uns gleich noch begegnen. Nachdem die Autoritätsfrage klargestellt wurde, eröffnet Jesus seinen Jüngern nun den Auftrag und er spricht, geht hin, geht hin. Er beginnt nicht damit, die Christen dazu aufzufordern, christliche Siedlungen zu bauen, Städte, Kirchgebäude, Gemeindehäuser und so weiter, sich zurückzuziehen aus der Welt und sich erstmal irgendwie zu organisieren. Nein, sie sollen sich nicht aus der Welt zurückziehen und auch nicht herausnehmen. Nein, die Betonung ist von Anfang an, geht, geht. Vielleicht kennen Sie diesen Spruch und ich verwende ihn auch ab und zu und meistens etwas scherzhaft. Geht mit Gott, aber geht. Doch hier passt dieser Spruch ganz hervorragend. Seid in Bewegung, bringt eine Wegstrecke hinter euch, bleibt dabei nicht auf der Stelle stehen, denn beides ist ja gleichzeitig auch überhaupt nicht möglich, oder? Man kann nicht stehen bleiben und gleichzeitig hoffen, voranzukommen. Es geht nicht. Und beim Gehen hat diese Bewegung auch immer eine bestimmte Richtung. Jesus sagt nicht, geht, um einfach nur in Bewegung zu sein. Das ist kein Programm für fromme Leute, einfach um beschäftigt zu sein. Nein, dieses Geht hat eine bestimmte Richtung. Ich hörte mal den Satz und dem kann ich sehr, sehr viel abgewinnen. Er lautet, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Denk mal kurz darüber nach. Mit 250 kmh unterwegs zu sein, zum Beispiel auf unserer deutschen Autobahn, da würde, glaube ich, jeder sagen, das ist sehr schnell. Vielleicht fährt das ein oder andere Auto gar nicht so schnell, sehr schnell. Doch wenn ich nach Hamburg möchte und bin mit 250 kmh unterwegs Richtung München, dann bringt mir die Geschwindigkeit überhaupt nichts. Ist jedem von uns klar, oder? Besser wäre es doch etwas langsamer, zum Beispiel mit Richtgeschwindigkeit 130 kmh unterwegs zu sein, doch in die richtige Richtung. Nur dann werden wir auch an dem Ziel ankommen. Die Richtung des Auftrages Jesu an seine Jünger lautet, zu allen, hier ist das Wörtchen alle, wieder, zu allen Völkern. Aus dem Kontext wird deutlich, dass hier insbesondere diejenigen gemeint sind, die Jesus noch nicht kennen, noch nicht an ihn glauben und sich daher noch in der Verlorenheit befinden. Die Richtung lautet, geht zu den verlorenen Menschen, geht hin zu ihnen. Jeder Leser und jeder Hörer ist herausgefordert, dieses Wort Jesu neu ernst zu nehmen und hinzugehen zu den Menschen. Sei es auf die Straßen, sei es zu den Familien, sei es zu den Freunden, zu Nachbarn, zu Arbeitskollegen, zu Klassenkameraden, zu Kommilitonen und Bekannten. Geht mit Gott, aber geht. Und auch die Kirche Jesu braucht daher unbedingt diese nach außen gerichtete, diese zentrifugale Bewegung. Wenn Jesus der Mittelpunkt ist und wir uns stets um ihn drehen, dann werden uns die Fliehkräfte immer auch nach außen senden in diese Welt. Das Werk Jesu und seine Botschaft sollen nicht nur in der Gemeinde bewahrt werden, sondern durch die Nachfolger Jesu, durch seine Jünger, durch die Gemeinde auch in diese Welt hinausgetragen werden. Die Bewegung hin zu den Menschen ist verbunden mit einer Aufgabe. Sie ist die Leute, zu denen wir gehen, ebenfalls zu Jüngern zu machen. Ist Ihnen das vielleicht in dem Text aufgefallen? Die vorrangige Aufgabe ist nicht, Kirchenmitglieder zu machen, nicht Gottesdienstbesucher zu machen. Die Aufgabe besteht auch nicht darin, Spender und Unterstützer zu machen, Ja, nicht einmal Mitarbeiter und Leiter in Kirchengemeinden zu machen, obwohl ich schon glaube, Mitarbeit und Einsatz in einer Ortsgemeinde sind ein wichtiger Teil von Nachfolge. Am Anfang steht die Aufgabe, Jünger zu machen. Die Regel, die wir hier finden, ist ganz, ganz simpel. Jeder Jünger macht Jünger. Jeder Jünger macht Jünger. Denn Jünger fallen nicht vom Himmel. Nein, sie müssen dazu gemacht werden, sagt Jesus. Und Jünger wird man nur im Unterweg sein. Wer still steht, der folgt nicht mehr nach. Und das birgt Gefahren. Doch was ist das eigentlich, ein Jünger? Jünger zu sein, meint im Kern, Lehrling und Schüler zu sein. Und Lehrling und Schüler zu sein, das setzt ja die Bereitschaft voraus, dazu lernen zu wollen. Ein Lehrling folgt seinem Meister und so lernt er von ihm. Die beiden stehen in einer engen Beziehung zueinander. Und uns ist klar, der Meister kann nur einer sein, Jesus Christus. Ein Jünger lernt von seinem Meister und in einem nächsten Schritt gibt er das Gelernte auch selbst weiter. Er folgt seinem Meister und er lädt andere dazu ein, ebenfalls zu folgen. Jesus hinterher. Und Jesus endet in seiner Auftragserteilung an seine Jünger mit einem Versprechen. Er sagt, und siehe, ich bin bei euch. Matthäus selbst berichtet uns nicht von der Himmelfahrt Jesu, doch der Arzt und Begleiter des Apostels Paulus, Lukas, sogar an zwei Stellen. Sowohl in seinem Evangelium als auch in seinem zweiten Band der Apostelgeschichte berichtet er erst davon und dann bezieht er sich nochmals darauf. Und der Kontext der Aussage macht deutlich, dass dies unmittelbar nach der Beauftragung mit dem großen Missionsbefehl erfolgt sein muss. Also die Himmelfahrt Jesu. Möglicherweise ist der nicht näher benannte Berg bei Matthäus der Ölberg, welcher in der Nähe des Ortes Britannien liegt, den wir wiederum bei Lukas finden. Wie dem auch sei, ich persönlich glaube, der Ort ist gar nicht so entscheidend wie folgender Gedanke. Mit Blick auf die bevorstehende Himmelfahrt Jesu klingen diese Worte doch etwas seltsam, oder? Schließlich wird Jesus doch gewusst haben, dass er diese Welt nur wenig später verlassen würde und er gibt dieses Versprechen, ich werde bei euch sein, alle Tage bis an der Weltende. Wie ist das zu verstehen? Nun, diese Verheißung gibt Jesus hier nicht zum ersten Mal. Im Johannes-Evangelium Kapitel 14, die Verse 15 bis 18, dort lesen wir, Jesus spricht und sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus konnte seinen Jüngern dieses Versprechen geben und dieses kurz vor seiner Aufnahme in den Himmel nochmals bestätigen, weil er wusste, was bevorstand, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Der Heilige Geist ist der Tröster, der Helfer, der Beistand, der zur Unterstützung Herbeigerufene. Und wir erkennen hier, dass Jesus, obwohl er diese Welt verlässt, überhaupt nicht vorhat, sie gänzlich zu verlassen. Im Gegenteil, er erfüllt seinen Nachfolger mit seinem Geist, um bleibend nicht nur bei ihnen zu sein, sondern auch heute in ihnen zu sein. Der Heilige Geist ist für die Umsetzung des großen Missionsbefehls unerlässlich. Er ist die treibende Kraft und der Erfolgsgarant. An seinem Wirken in und durch die Kirche Jesu hängt einfach alles. Denn niemand von uns kann etwas von sich heraus tun oder schaffen, das Ewigkeitswert und Bestand hätte. Das kann allein Gott durch uns. Nur in Kooperation mit dem Geist Gottes ist dies möglich. So wie der Jünger Petrus zu Jesus einst sagte, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. So glaube ich, muss auch die Kirche Jesu heute eingestehen und ganz neu bekennen, dass ohne die bleibende Gegenwart Jesu durch seinen Heiligen Geist der Auftrag, der gegeben ist, nicht auszuführen ist. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Er ist untrennbarer Teil des Dreieinen Gottes. Das macht auch Jesus selbst mit dem Hinweis in unserem Text deutlich, dass im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden soll. Der Heilige Geist ist nicht eine kosmische Kraft, nicht bloß eine Energie und sollte auch sich nicht wie ein Gespenst vorgestellt werden, das irgendwo herumspuckt. Nein, in der Bibel können wir entdecken, dass er über Emotionen verfügt. Denn er selbst, so wird es uns beschrieben, kann lieben und man kann auch den Geist Gottes durchaus betrüben durch sein Handeln. Er verfügt über Wissen und Erkenntnis. Er hat einen freien Willen und man kann Gemeinschaft mit ihm haben. Und das alles macht ihn zu einer ansprechbaren, zu einer erfahrbaren Person. Zusammenfassend möchte ich das gerne so ausdrücken. Der Heilige Geist ist Gott in seiner Zuwendung zu uns Menschen seit dem Pfingstereignis. Und eine seiner Kernaufgaben finden wir im ersten Kapitel der Apostelgeschichte, ich erwähnte sie vorhin, wo der Arzt Lukas Jesus zitiert, der spricht, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus sandte seine Jünger mit einer Mission, die sie erfüllen sollten. Aber er sandte sie nicht allein und nicht ohne diese wichtige, wichtige und benötigte Kraftausrüstung. Die Verheißung seiner ständigen Gegenwart war und ist mehr als genug, um die Jünger zu stärken, sie zu leiten, während sie Jesus darin gehorchen, alle Völker zu Jüngern zu machen. Eingangs sprach ich darüber, dass, wenn etwas misslingt, man sich oft auf Fehlersuche begibt. Und dabei lässt man sich von Fragen leiten. Nun, welche Fragen beschäftigen die Kirche Jesu angesichts des geistlichen Zustands unserer Welt? Ich hoffe sehr, dass heute deutlich wurde, welches stets die zentrale Frage sein sollte. Nicht warum, sondern wozu. Wozu gibt es Kirche Jesu in dieser Welt? Und was ist ihr Auftrag? Ihre vornehmste Aufgabe ist es, eine Gottesferne und daher verlorene Welt mit dem Retter Jesus Christus bekannt zu machen und sie dazu einzuladen, ihm mit allem, was sie ist und hat, nachzufolgen, jünger zu werden. Und wenn es stimmt, wenn es stimmt, dass die Kirche Jesu von ihm selbst beauftragt und bevollmächtigt ist, welchen Grund könnte sie noch anführen, um nicht gehen zu müssen? Welchen Grund könnte sie noch anführen, um stehen zu bleiben? Mir fällt keiner ein. Wozu leben wir also? Wozu leben sie? Ich möchte gerne mit uns beten. Lieber Vater, von Herzen danken wir dir für dein Wort und dein Reden zu uns an diesem Tag. Danke für deinen Sohn Jesus Christus, den du gesandt hast und der unser Retter wurde. Danke, dass du uns beauftragst und auch dazu befähigst, die frohe Botschaft der Rettung hinauszutragen in diese Welt. Entzünde in uns ein neues Feuer, neue Leidenschaft und Hingabe, für diesen deinen Auftrag an uns zu brennen. Wir vertrauen darauf, dass du auch uns ganz neu das Wollen und das Vollbringen schenkst. Im Namen von Jesus Christus. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020